leute hatte ich drei probleme gehabt woher rausgeschmissen worden beim spider-man aber macht ja nichts gott sei dank läuft es weiterhin ja wie gesagt ich komme gleich wieder geschneide toilette bis gleich so 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 komm 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 Ah, hier haben wir die Hotschaften, die Katolyein zurückgekehrt. Sorry Leute vieles Warten, ich musste dringend in die Toilette, ja wie gesagt ich wurde rausgeschmissen worden bei den Spiderman, ja keine Ahnung ist die ganze Zeit so, aber gut das mal Twits haben, so muss ich nicht von neu empfangen, das ist richtig geil so. Ich hasse es. Ich liebe es. Wirklich? Sie treffen den Nagel auf dem Kopf. Endlich Spitzenstory, alle reden darüber echtes Redakteurmaterial. Redakteur? Glückwunsch, Ihr erster Auftrag, noch ein pikanter Artikel. Digga, ich hab drei Fliegen bei mir mit ne Wohnung drinnen. Digga, das kotzt mich so weg. MJ. Ich äh, der Bjogel hat mich nicht gefeuert, ich glaube ich wurde sogar befördert. Hey, das wartest du doch oder? Ja, dachte ich. Dann ist das doch. Super. Hey, hör mal. Irgendwas stimmt mit Harry nicht. Was, was ist passiert? Naja. Warte, jemand ist an der Tür. Ist schwer zu erklären. Ver, versprich mir nur, dass du dich von ihm fernhältst. MJ? Harry, was zur Hölle? Komm schon MJ, geh ran. Ja, ja. Hey, hier ist MJ. Du kannst deine Nachricht hinterlassen. Wenn es wichtig ist, kannst du mir auch einfach schreiben. Ah, ja. Spiderman, wie fühlen sie sich? So. In Panik? Ich, meinte, physisch. Ähm, da wollte ich mal hier mal gucken. Ah, da geht's noch nicht, muss ich sonst alle erstmal machen, oder? Ja, fertig, ja. Dann machen wir das mal. Keine Ahnung, warum ich hier nichts machen kann. Ich habe hier ein paar Sachen freigeschaltet, aber... Ah, hier. Hier könnte ich, äh... Zum Beispiel den hier. Geht nicht, den muss ich machen. Hä, da kann ich auch nichts machen. Warum kann ich da nichts machen, Digga? So lächerlich. Ja, ach so. Ist doch bescheuert, Digga. Egal. So weiter geht's. Dann mache ich den hier. Ich muss sowieso alles voll machen. Symptome. Schmerzen? Müdigkeit? Ja. Moment. Symptome? Ich habe mir Forschungsnotizen aus vielen Jahren angesehen. Der Symbiont kreiert ein kollektives Bewusstsein. Das war das Schwarmbewusstsein. War, ist optimistisch. Es gibt keine Rechte. Was? Kein Grund zur Panik, aber... Vielleicht sollten Sie für ein paar Tests ins Labor kommen. Jetzt nicht, Doc. Hab größere Probleme. Bye. Hahaha. Halt sie durch, MJ. Hä, ich bin doch rüber geflogen. Was soll das? Jetzt hat... Ich hätte da sein sollen. Ich hätte, hätte Fahrerkette. Ganz ehrlich. Oh, die Schlacht. Bestimmt. Ich hätte da sein sollen. 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 Auch das hätte ich schon seit der ersten Stunde. Ich hätte sauer. Ich hätte da sein sollen. Ich hätte da sein sollen, oder? Wie geht's denn? Das ist ja so. Ich hätte Menschen irgendwie weil die Leute erOOOO. Ich hätt' mit dem Tests. Du musst mich nur lassen. Das bist nicht du. Falsch. Dann erinnern mich auf jemanden, der hier. Aber wen? Ah, du! Du, Winnie-Pooh. Winnie-Pooh, der Honig-Junkie. Nimmst du mich auf? Oder er hat wohl nicht immer gegessen. Der Mörder-Death-Kill. Nenn uns! Nicht! Da warte du. Den! Wir sind nicht Harry. Wir. Sinn. Was? Wie kannst du hier leben, Digga? Mach doch was. Du bist Spider-Man. Hallo? Oh! Oh, hat sie seine Frau gemacht? Nein! Bombe! Geil! Lass sie los! Gack! 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 Alter! Gack! 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 marathon! Gack! Ich weiß nicht, wie ich прав�� habe, Deus cuphafte! Ncc scoff her. Ncc! 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 Jetzt slipp es mit der northeast! Gack! Ncc! Mit dir? Genug geredet. Genug und Anerkennung gefesselt. Von dir. Von allen. Anerkennung? Wenn es um deinen Job geht. Es geht um mich. Mich! Nicht um meinen Job oder den Job. Und vor allem nicht um dich. Um mich? Wie meinst du das, MJ? Mich stich nicht ein. Entwicke ich die Kontrolle. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dir nicht wehtun. Digga, du bist Spider-Man. Du musst alles kämpfen, Alter. Auf meine Hilfe! MJ! Ich bin's! Immer willst du herabwerden! Oh. Ja. Und außerdem, das Spiel ist auch nicht leicht gemacht, sondern mittel. Ja. Weil wenn ich, wenn es leicht ist, dann ist es ja langweilig. Du musst hier jetzt hin. Ja, Digga. Jetzt gehen die ab. Jetzt geht die ab, Alter. Jetzt geht die voll ab, Digga. Das ist so lächerlich, Alter. Die ganze Zeit hat die nichts gemacht. Und jetzt geht die voll ab. Und jetzt geht's nicht. Aber wenn's leicht wäre, dann willst du nicht so oft sterben wie jetzt. Weiß ich gar nicht. Und deswegen, easy, easy. Genug gehalten. Genug gehalten. Genug gehalten. Genug gehalten. Demut und Anerkennung befestigt. Von dir, von allem. Anerkennung? Wenn es um deinen Job geht? Es geht um mich, mich! Nicht um meinen Job oder die Bauten. Und vor allem. Nicht um meinen Job oder die Bauten. Und vor allem. Nicht um dich! die kontrolle ja dicker bullshit es geht die wieder voll ab Das war's für heute. Ja stolzık. Nee, 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 parti. Yes reingelegt aber ist auch wieder so spielverzögerung ja leute na ist so klar dass ich sterbe aber gott sei dank brauche ich nicht von neu empfangen das ist schon mal gut und die die leute Das Gummi-Mor. Was wäre die Stadion ohne Spider-Man? Was wäre die Stadion ohne Spider-Man? Die, was die Mimisier ist? Ich bring das in Ordnung. Das mache ich immer. Wir machen das immer. Ich bin immer nur die Zweite. Ich lebe in einem Katastrophe und meine zwei noch zu verfallen. Ah, Digger. Ah, toll, leckerlich, leckerlich. Ich habe einen Job mit Harry. Ich habe sie aufgehört. Ich kenne das Gefühl. Ich habe sie aufgehört. Ich kenne das Gefühl, ich verlobe dich. Du verlierst jeden Job. Du kannst die Hypothek nicht bezahlen. Das soll aufhören. Aufhören. Du kannst die Hypothek nicht bezahlen. Ich habe einen Job mit Harry. Wir packen das. Und wie lange? Hier liegt nur ein Supermerzen. Spider-Man. Das ist nicht fair. Die Leute brauchen mich. Das weißt du. Ja? Ja. 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 Was wäre die Stadt nur ohne Spider-Man? Sieh, was die Mimit ihr ist. Ich bring das in Ordnung. Das mache ich immer. Wir machen das immer. Ich bin immer nur die Zweite. Ich lebe in deinem Katastrophe und meine zwei noch zu schlauern. Das ist die Wahrheit. Was redest du da? Du machst einen Unterschied. Du bewirkst etwas. Ich weiß, du bist da drin. Keiner hebt uns auf. Zuhause. Es ist schwer. Oh, wie ist das? Fliech doch mit mir! Es reicht! Nice! Weißt du noch dein Buch? Du wolltest den Menschen helfen! Dieser Mensch hat's gelesen! Ein... Keiner hat mein Buch gelesen! Ich bin sauer! Das stimmt nicht! Wenn's einem geholfen hat, war's das wert! Ich hab's gelesen! Ich hab's gelesen! Es hilft mir! Danke! Scheiße! Ich hab nicht aufgepasst! Mist! Das kommt davon, wenn man gut schreibt, gell? Das kommt davon, wenn man gut schreibt, gell? Ich hab's gelesen! Es hilft mir! Alles, was ich tue, ist dir zu helfen! Das soll aufhören! 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 Alles, was ich tue, ist dir zu helfen! Bitte! M.J. M.J. Ich bin mein Leben, wird konstant von dir geschehen! Aber wie viel halt nicht! Wer hilft, wenn du einen Job verlierst und eine Rechnung nicht bezahlen kannst? Ich schreibe Worte an die ich nicht glaube für ein Mann, den ich veranste! So blöd nicht sein kann! Das war mir nicht klar! Dein Kündiger, M.J. Ich krieg das hin! Ich vertraue dir nicht! Ich vertraue nur uns! Nein! Tut mir leid, M.J. Ich hab mich geirrt! Du musst mir nicht vertrauen! Aber bitte vertrau dir selbst! Vertrau dir selbst, M.J. Es stimmt! Ich war egoistisch! Ich war so mit meinem Leben beschäftigt, dass ich deins vergessen habe! Ja, lächerlich, Digga! Du bist Spider-Man, Digga! Ich helfe dir dagegen anzukämpfen! Immer die anderen, anderen helfen mir da! Ja! Es ist schwer! Lass dich nicht davon kontrollieren! Schnauze! Das war's für heute. Boomba-Junga bin ich der Best ever, never, never, Winter. Was, in meinen Qualität oder was? Noch einmal, Digga. Was? Fühlst du dich etwa nicht mehr überlegen? Was? Nein! Du bist in so vielen Dingen stärker als ich! Du allein schaffst es, unser Leben zusammenzuhalten! Sorry, MJ! Du bist nicht selbstverständlich! Digga, scheiß drauf, Alter! Ja, was du dich sagst, Alter! So eine Shishu-Gelaber, Alter! Ja! Du bist genauso wichtig! Ich hoffe, das ist bald vorbei, die Scheiße, Alter! Und sie hat mich getroffen, Alter! Unfassbar! Sorry, Leute, so ist das Leben! Da wird doch bloß die stärkere Hälfte bleiben! Drass! Fühlst du dich etwa nicht mehr überlegen? Was? Nein! Du bist in so vielen Dingen stärker als ich! Du allein schaffst es, unser Leben zusammenzuhalten! Sorry, MJ! Du bist nicht selbstverständlich! MJ ist weg! Nein! Nein! Bist du nicht! Es soll aufhören! Aufhören! Nein! Bist du nicht! Tut mir leid, dass ich so eine Last war! Das Haus! Mein Job! Unser Leben! Ich wollte besser sein, aber ich war es nicht! Ich hätte zuhören sollen! Hätte da sein sollen! Wir sind ein Team! Du und ich! Mama! Ich wollte nie, dass du meinetwegen leiden musst! Ja! Deine Träume sind genauso wichtig wie meine! Du bist! Du bist genauso wichtig! Es reicht! Wir können das bekämpfen, MJ! Immer bist du herabwerden! Immer bist du herabwerden! Immer bist du herabwerden! Immer bist du herabwerden! Ja! 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 Du willst das nicht wirklich? Du hast Hunger, oder? Sowieso. Das ist in uns nichts. Was packst du da drauf auf das Ende? Luft. Aufwachstern, oder? Nackig, komm! Nackig! Nackig! Nein, schade, doch nichts. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Schade, die ist abgestiegen. Alter, das ist so... Bussi Bussi liegt los, Alter. Noch nicht. Watson, wo bleiben meine Funko und ich verhungere hier und ich weichere nicht. Sona? Du kannst mich mal. Ich bin raus. Du bist so cool. Du bist so cool. Alles gut. Boah, du bist so cool, Baby. Alter, lächerlich. Ich hätte dich verloren. So lächerlich, diese Rumgespielerei hier, die ganze Zeit. Nicht nur wegen der Symbion. Seit Monaten will ich etwas sein, das ich nicht bin. Gut, dass du zurück bist. Sorry. Es lag nicht an dir. Und das vorhin war nicht ich. Ich habe dich gesehen. Und Harry... Er war hinter diesen... Steine. Was für ein Stein? Miles ist beim Rathauswand. Geh. Ich liebe dich. Na, eigentlich mal der erste Kurs seit Jahren. Yeah. Was macht sie denn hinter den Kulissen, wenn das Spiel aus ist? Hm? Ja. Spiderman und AJ. Wenn ich das Spiel ausmache, wer weiß, was sie da rumtreiben. Ja, Rathol. Hahaha. Hey, hast du schon gesehen? Das Rathaus ist... Ist schlimm. Bin dorthin unterwegs. Ja, sorry. Es lief etwas aus dem Ruder. Ich bin gleich da. Er war gerade in Queens. Hat MJ in einen dieser Symbionten verwandelt. Nur schlimmer. Was? Es geht dir gut. Sie hat sich befreit. Zum Glück schneller als ich. Kornos glaubte, dass ich den Anzug zu lange an hatte. Und es ist etwas in mir. Du hast recht. Es ist wirklich alles ziemlich kompliziert. Ein Schritt nach dem anderen. Bis bald. Alles klar. Bis gleich. Ach ja. Ich schulde noch jemanden mit einem Anruf. Peter? Hi, Frau Morales. Ah, Eroberungsschlacht. Jawoll. Ich wollte nur sicher gehen. Keine Sorge. Es geht uns gut. Und Peter. Uns geht es auch gut. Aber... Geh nächstes Mal ran. Glauben Sie mir. Ich werde mich bestens benehmen. Das solltest du auch. Jetzt hilf meinem Sohn. Diga, die sind so lieblos. Also die ganze Zeit. Ich werde ja alles Beste geben. Die ganze Zeit, ey. Das kann schon hier... Da hinten, wo der Punkt gestärkt hat. Da hinten, wo der Punkt gestärkt hat. Vögel mit schweren Waffen? Auf in den Kamm. Das ist eine Laune der Evolution. Das tut echt weh. Auf geht's. Ab geht's. Das ist zu heiß. Ich schlafe gutgegen. Nein! Das brennt! Was machst du, du Spider-Man, Alter, was machst du? Nächstes Mal muss ich ausweichen. Es sind noch mehr Daten. Na los, die Menschen sind in Gefahr. Der Download ist nun fertig. Danke für die Daten. Geil. Ah, da ist ein Fuzzi, wo ist er? Was hat das Parlein? Wirst du zu lachen? Nein. So, ich muss dann so ungefähr eine Stunde. Gehe dann für ein, zwei Stunden auf. Weil ich will. Ich muss noch ein bisschen mein Aquarium sauber machen. Ein Aquarium muss ich machen, Digga. Ich melde mich, wenn ich von ihm höre. Ein Lebewesen, die kommt doch wieder. Und dann spiele live auf Pi. Nicer Day, Sir. Ich habe den fremden Ping entschlüsselt. Sie verwenden den selben Code und dieselbe Frequenz wie wir. Hat jemand unsere Technologie geklaut? Was? Unmöglich. Wir halten sie unter Verschluss. Bist du sicher? Ich meine, falls es nicht noch einen Spider-Man da draußen gibt, aber... Ich suche weiter, aber ich brauche noch Bots, um die Sache zu knacken. Ich kenne dich und du musst einmal einen Stream-Popys. Ich glaube ich bin auch nicht mehr. Komm, ich mache gerade Boss falsch. Ich habe vielleicht eine Mase mit mir geblüht. Ok? Es ist dann vielleicht ein Mase für den Preis. Ich habe dich ein Problem. So, dann kannst du den Preis. Ich bin zuerst wegen all der Artikel über seine neuen Geschmacksrichtung hingegangen, aber wegen der traditionellen Rezepte komme ich immer wieder. Klassiker haben ihren Ruf meist aus gutem Grund. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mike? Wo ist der Mike? Warum kommt da nicht der Mike? Ich hoffe die Trophäe kommt auf wenn es beendet ist So meine Damen und Herren, jetzt gehts weiter mit Spiderman? Spiderman Wie können es so viele sein? Als würde er eine Armee aufbauen Laut seiner Aussage versucht er die Welt zu heilen Die Stimme des Trophäischen Halt das ist besser Halt das ist besser Heilt die Schmutz Na dann, hab ich bestimmt Halt das schon Nimm mich einfach Abläufen 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 Dish Abläufen Auch Abläufen 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 egal wie können die mich so treffen alter oder andere spiderman macht gar nichts ist ein witz spiderman oder was die können es so viele sein als würde er eine armee aufbauen laut seiner aussage versucht er die welt zu heilen in der app gibt es nutzende von nachrichten von leuten aus dem rathaus sie versuchen auf das zu gelangen dann sollten wir den weg freimachen das oben ist ein notausgang na los warte geht doch hoch was passiert denn jetzt schon wieder da und und shit bullshit und schild bullshit digga man soll in die seite wieder war Oh Gott. 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 Was war das? Wie? Ein Gefängnisausbruch! Kaum zu glauben, aber ich bin froh, Sie zu sehen! Dann gebe ich mein Bestes! Ich bin froh, Sie zu sehen! Ich bin froh, Sie zu sehen, dass Sie wieder fliehen und mehr Leid anrichten! Das gehört zum Job! Das weiß er! Was? Ich glaube an die zweite Chance! Sie hören! Halt! Nicht auf! Ich bin ja ziemlich gut, Leute! Boah, nein! Nein! Hat sie das? Nein! Ach, scheiße! Der Sembionte R hat alle getötet! Problem gelöst! Das glaubt Pete aber nicht! Nein! Aber er könnte sich so fühlen! All diese Schurken! Einfach der echte Anzug ist die Lösung! Hallo? Hallo? Nichts hat! Digga, lauft doch gerade, Digga! Warum lauft der nicht gerade? Ich bin das! Ich! Sie haben viel Schmerz verursacht! Diese Schuld werde ich für den Rest meines Lebens zurückzahlen! Warum kniet der so komisch rum, Alter? Wie war's jetzt? Oh Mann! Vielleicht! Ist eine Reise! Kein Sie! Das Nieste! Ich habe ein... Peter! Ihre Kraft hat denselben Effekt hier drin. Ja, ich glaube schon. Der kann ja nicht normal laufen, muss er so Spider-Man mäßig laufen. Bullshit, Digga. Das ist die Quelle des Marktes. Dann können wir ihn vielleicht retten. Nein. Es muss auch anders gehen. Peter Parker befreien. Das werden wir sehen. Wenn das meine letzte Gelegenheit ist, Ihnen was zu sagen, ich verzeihe Ihnen nicht. Ich kann es einfach nicht. Aber ich kann diesen Hass nicht ewig mit mir rumtragen. Also klären wir das, Sie und ich. Ja, ich kann es nicht mehr so sagen. Ich kann es nicht mehr so sagen. Ich kann es nicht mehr so sagen. ach du scheiße ist alles ok man? mir gehts gut kämpft einfach weiter yeah böser hund böser hund böser hund ja 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 Was ist das? Ich komme! So leckerlich. Oh, jetzt weint der Spiderman wieder. Ich bin weh. Ich kann wieder zurück. Noch mal von vorne anfangen. Sicherlich schnell gefällt. Immer diese kleinen Geschichten die ganze Zeit. Mario, 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 Mario. ja klar neue macht ich bin jetzt der weiße spiderman oder was okay jetzt du es bin mal gespannt es ist mehr als ein neuer anzug und das ist ja geil wie ein kleines baby alter jetzt nicht verdient alter wie bist du denn drauf das ist jetzt bin ich bei der mensch tag der marvel filme besser als superman zu sein oder wenn es so weitergeht oh hinter mir ist einer müssen der hier da ist er ja 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 wie stark möchte der noch werden hier das ist der wahnsinn wir haben dich wieder nach dem urlaub ich musste nur den speicherstand vor der schlacht das ist das wichtigste dass ich immer vor der schlacht bin damit ich noch die ganzen leute das ist dadurch alles verloren Alter. Neue Macht bekommen. Richtig nice. Also Leute, bis später. Bis später. Das war ja, das war ja, ich bin jetzt, warum, warum läuft der so komisch? Kann der nicht geradeaus laufen? Muss es sich so ducken die ganze Zeit, Alter? Er hat die Kontrolle übernommen, aber Martin Lee hat mir seine Kräfte gegeben. Ich fühle mich anders. Die Stimmen sind weg, aber die Kräfte sind noch da. Das ist unglaublich. Und Pete, damit du es weißt, ich habe meinen Namen von dem Artikel entfernen lassen und meinen Vermieter gekündigt. Was heißt das? Das heißt, wenn die Welt in ein außerordisches Wötland verwandelt werden sollte. Wie gesagt, ich stecke mir lieber in den Schleim mit dir, Alter. Lächerlich, Digga. Ich weiß, was sie machen, nach dem Stream. Hier kann ich kämpfen, da kämpfe ich mal da hinten. Mal ausprobieren, wie es ist. So, meine Damen und Herren, ich gehe jetzt gleich auf. Ich bedanke mich, die Zuschauer heute. Ich komme später wieder mit Live-P1. Und... 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 Meine Team-Kameraden zeigen, was ich drauf habe. Immer diese Weinerei die ganze Zeit, Alter. Jedes Mal weinen hier, weinen da. Spider-Man die ganze Zeit, Alter. Deswegen finde ich den neuen Spider-Man besser, weil der weint nicht die ganze Zeit. so leute ich bin besser warum finde ich besser weil mit viele möglichkeiten gibt und youtube nicht gibt und werden natürlich klar würde ich dann weiterhin film herunterladen und alles beim twitch weil youtube will ja auch weiterhin machen ich habe ihn im visier ich habe das macht halt ein bisschen arbeit die bilder die filmen youtube in morgen aber sind halt nur zwei klicks und fertig so dann auf wiedersehen und macht's gut bis später bis heute